Bits und so kommt heute mit freundlicher Unterstützung von der Mobile Box Consulting. Die haben ein Angebot für dieses Feature vom iOS, wo man DSGVO-konform seine Adressdatenbank separat verwalten kann. Wenn ihr also in der Firma einen CardDAV-Server habt oder ein CRM-System habt oder einen Exchange-Server habt, wo ihr eure Geschäftskontakte drauf habt, dann könnt ihr mit dieser Lösung diese Kontakte offline auf ein iPhone rübersynken und dort vorhalten und ihr erfüllt damit die DSGVO und ihr könnt aber auch diese Kontakte auf vielfältige Art und Weise auf dem iPhone nutzen, obwohl ja auch jetzt möglicherweise Mitarbeiter nicht unterwegs mit dem jeweiligen Server verbunden sind, sondern die können das dabei haben. Es funktioniert über Callkit, dass bei eingehenden Anrufen die richtigen Kontakte angezeigt werden und wir haben für Firmenkunden einen 30% Rabatt auf das erste Jahr von Secure Contact X Business und jeweils eine kostenlose Secure Configuration Cloud Einstellung pro Monat. Ihr könnt mit dieser Lösung einen Urlaubsmodus machen, ihr könnt dann sagen, Anrufe aus dem Firmenadressbuch während meinem Urlaub weg anders umleiten, in die Firma umleiten, wie auch immer. Favoriten können davon ausgenommen werden. Ihr könnt die Kontakte überall im iOS über eine Extension reinholen, zum Beispiel über eine Tastatur. Wenn ihr irgendwo ein Formularfeld ausfüllen müsst mit der E-Mail vom Geschäftspartner oder sowas, dann könnt ihr die über die Secure Contact Tastatur reinholen. Und auch die Daten, die leben erstmal nur in der Extension und werden dann in eine App rausgegeben, wo das eben gewünscht ist. Und nicht in jeder App einfach so WhatsApp-mäßig hier Adressbuch nimm mal, sondern das ist eben dann abgetrennt und das ist genau der Punkt von dieser Geschichte. Ihr könnt eure Mitarbeiter schnell damit ausrüsten, kleine Gerüstzeiten durch AppConfig und Secure Configuration Cloud. Ihr müsst nur ein sehr kleines Mindestmaß an Eigenleistung zu Einrichtungen erbringen. Die Konfiguration lässt sich in großen Teilen durch ein MDM-Admin automatisiert vorgeben, wenn ihr sowas in der Firma schon habt. Ihr braucht keine zusätzliche Backend-Software. Und je nach Einsatzszenario könnt ihr auch die Secure Configuration Cloud als eine Alternative bzw. Ergänzung zum MDM-System verwenden. Damit könnt ihr die eingesetzten Apps in allen sicherheitsrelevanten Bereichen verwalten über die AppConfig. So, das ist alles DSGVO-konform, viel Augenmaß und Wert wird gelegt auf Datenschutz und IT-Sicherheit. Und ihr könnt das mal kostenlos ausprobieren. Bis zum 01.07. könnt ihr euch die App kostenlos aus dem App-Store laden und dann mit einem Enterprise-Token, das heißt bis zum 2019, aktivieren. Und wenn ihr dann bestellen möchtet, geht ihr auf die Landingpage mobilebox-consulting.de slash bits und dann könnt ihr euch hier die App laden, den Code anschauen und den mal bis 1. Juli 2019 kostenlos testen und dann einen 30% Rabatt sichern auf die Jahresmitgliedschaft von Secure Contact X. Herzlichen Dank an die Unterstützung an Mobilebox Consulting. Gut.